Hey Freunde! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Trouble in Trader in Turtel-Turtle-Tour-Town Und Teenage-Ninja-Turtles? Teenage-Ninja-Turtles Geil man, wir haben noch eine neue Map, die heißt, wie heißt die Terror-Town? Iiii! 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 Was denn? Hier ist ein Klo und es Pisse und eine Kackwurst Was war das? Was war das? Was ist hier los? Der Tobi hat sich hier hingestoppen mit einer Explosion Ja, das war mein Jetpack, Entschuldigung Achso Hier im Klo ist fett Pisse und eine Kackwurst Wo? Da will ich hin, wusstest? Was machst du denn auch immer, Erik, Alter? Ja, Entschuldigung bitte, Entschuldigung Was ist denn da hin? Hier sind grad Blumen Ey, was ist denn das für eine Stadt hier? Hier ist ein Auto gegen Maske fahren Ähhh Jetzt wissen wir wahrscheinlich, warum die Map Terror-Town heißt Ja Weil es hier so schön einladend ist Ich will das Pisse-Klo sehen Wo ist die Kacke? Äh, ich bin doch schon da Der hier Nein, du bist Ja, aber wo genau? Wo ist denn hier? In welchem Gebäude? Ja, ja, hier oben, Mann Hier oben Ah, okay Du weißt Bescheid Ich sehe hier keine Kacke hier oben Ich sehe hier keine Kacke hier oben Hier oben, Mann Wo? Wo bist du denn, in was für ein Haus bist du denn reingegangen? Ich hab keine Ahnung, ich bin noch gar nicht aus dem Zimmer raus, bis jetzt Du musst immer noch die Pisser mal angucken Ich hab da gerade sehr intensiv hingeguckt, damit die Leute auch alles mitkriegen Guck mal hier Kann man hier irgendwie wo? Was ist das für ein Haus? Äh, das ist hier so ein kleines Haus am Rande mit so einem weißen Auto, was da steht Ehriges Traitor Hä? Was? Ich hab da nicht reingeschissen, Mann Okay, dann nicht Doch, das ist eine Traitor-Waffe Aber Erik hat bestimmt so ein C4 oder sowas dahin geplantet Das wäre aber sehr obvious Alter, Tobi, wie oft hab ich benutzt C4 benutzt in diesem Spiel? Wie oft hab ich benutzt C4? Wie oft hab ich benutzt C4? Das wäre aber sehr obvious, Tobi Da ist sie Hey Erik, wo kamst du grad her? Ich will das scheiß Klo sehen Ja, ich will es auch sehen Warte, 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 warte Also, weißt du es auch schon da? Lass erstmal sammeln irgendwo Oder was? Alter, hier oder was? Komm mal, komm, komm Jetzt gerade C4 explodiert Ja, ich sehe das scheiß Klo, ich sehe das scheiß aus Ja, geil Ja, bist du drin? Äh, nein, ich bin doch her Ich bin hinter dir Achso Aber wartet auf mich Ich bin hier nochmal Pan, 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 Pan Okay, jetzt gehen wir rein Ist das wirklich ganz wichtig Okay Okay Wenn Erik gleich die G-Hardbombe zündet, dann bin ich raus Bin da Äh, äh, hihihi Alter Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt Geh weg, geh weg Lass Currys Kopf da rein tunken Currys Kopf muss da rein Punky Ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt, ich hab's doch gesagt So So Iiiiih Was ist hier glaub ich in diesem Haus? Irgendeine Traderfalle, Mann Hier hat nicht umsonst jemand irgendwie geschrien Warte mal Hä, ich versteh's nicht Ich wollte nur die Wurst zeigen Ich hab' sonst nichts gemacht, was? Naja, ist auch egal Ich, äh, ich geh' auf jeden Fall nicht hin Hier ist was explodiert Hier, hier oben Wo? Wurst Hier oben ist was explodiert Da, guck, da ist noch der Äh, okay Äh, ich seh' das gar nicht Ne? Bei mir ist wieder wie so'n, ja, weiß ich nicht, wo so'ne Granate explodiert Jaaaa Hey Curry Geh weg, Tobi Mhm, 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 mhm Irgendwas ist da nicht Also da, also da müssen wir nochmal drüber reden später, äh, Tobi, ne? Jaaaa Pan? Ja, ja, ich lebe mal Ja, äh, das dauert aber immer ein bisschen lang, ne? Warum bist du denn schon mal wieder so leise Pan? Was soll das? Die Pan muss überlegen, wenn's im Traitor-Shop ist Hängt im Traitor-Shop, ja Pan ist bestimmt wirklich Traitor Jaaaa Die ist nicht so leise normalerweise Das ist nicht normal Die ist immer konzentriert, wenn sie grad durch die Waffen scrollt Leise Minnelli Hahahaha Hahahaha Hey Ich dreh durch Warum läufst du denn nach, Alter? Ich hab so einen Hunger Es ist, äh, kann man noch bestellen wahrscheinlich nicht, ne? Sollen wir mal oben, oben? Sollen wir beide oben schlafen, Tobi? Ich geh unten Ich pass' unten nicht rein, ich muss doch noch oben Tobi, komm hoch, komm, komm, komm Ich pass' da auch noch nicht rein Ja geil, geil Hey, du gehst aus der Decke raus Hey, was? Was? Kann ich ihnen vertrauen? Jaa Na gut Das schwör ich ihnen nackend in der Hand Ich bin innocent Mann! Scheiß Computer! Nein, Tobi, wir können doch drüber sprechen, Mann! Scheiß Computer! Okay, Tobi braucht neue Ausrüstung Tschöö Hightech-PC Tobi Ähm Erik? Lol Erik? Was sag' ich denn die ganze Zeit? Pan? Tobi, okay, Tobi lass' uns zusammenbleiben Wir sind zusammen Es ist da passiert, als wir zusammen waren, Tobi Toll Als wir auch im Bett waren, Tobi Ich seh' ich nicht mehr Hier? Hä, ich bin nur hier Okay, Tobi Lass' uns zusammenbleiben Wir können zu zweit mehr schaffen Ich hab' doch gesagt, die ist so ruhig Und dann redet sie wieder nicht, weißt du? Wir müssen jetzt ne Leiche finden, Tobi Die finden nie, die hat ne Fake-Leiche benutzt Das hast du vorhin schon gehört Nein, 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 nein Ja egal, aber vom Erik müssen sie, die kann sie ja nicht wegwerfen Irgendwie Warte mal, Tobi, weg, 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 Tobi Die hast du aufgegessen Weg da, weg da Ich kann hier nicht, aha Hab' ich hier wehgetan? 93 Oh, scheiße, Mann Okay, Tobi, 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 komm, komm, komm Was ist denn? Ach, komm Ja, genau, hier liegen jetzt zufällig zwei Leichen wieder, weißt du? Ach, Pan, das ist aber sehr unlustig Wie sollt ihr denn gestorben sein? Erik war Traitor? Innocent? Okay, dann ist es Erik Erik ist es Was? Tobi, Erik ist es Ja, warum, hä, warum liegt hier denn ne Fake-Leiche von Erik? Das kann, oh mein Gott Alter, du Drecksau, du kleine Drecksau, du Wo ist der? Wo ist der? Aua, links irgendwo Da hinten, da hinten, hier hinten, wo wir hergekommen sind Pan Nein, du, du Oh Das ist Pan Scheiße Ist es Erik? Ist es nicht Pan? Natürlich ist das Erik Das ist doch klar Tobi Aber du hast geämpft wie Pan Für Curry hat's gereicht, Alter Oh, schön Ach ja Oh, schön Hast du hier No-Scope? Ja, ich wollte meine Leiche eigentlich noch wegpacken, aber ich bin mit dem komischen Bimsgebimsel Ja, Fake-Leiche als Traitor ist natürlich nicht so, nicht so geil, ne? Ja, ja Wir müssen ja mal gucken, wie ich das am besten mache Kann man da die Rolle nicht ändern? Normalerweise kann man doch die Rolle ändern von der Fake-Leiche Äh, weiß ich nicht, hab ich noch nie gemacht, ich kenn mich noch nicht aus Doch, doch, das muss man machen Normalerweise kann man das mit Rechtsklick machen, aber du kannst ja nur Blut machen irgendwie Komisch Ach so, ach so Ja Tobi, gute Arbeit Sehr geil Hat aber sonst schon mal geklappt Hat aber sonst schon mal geklappt Sehr gut Schon wieder Induzier Es hat überhaupt nicht geklappt Wir haben direkt ausgedacht Wer dann dauert verdächtig? Hä, ne? Du hast gedacht, das ist die Pan Äh, nein Äh, nein Äh, nein Ja, aber als wir oben waren, hab ich gesagt, äh, die Fake-Leiche ist ein Traitor, also muss es Erik sein Ah, ne, ne, das war ja genau, Tobi hat gesagt Ja, ja, genau Äh, genau Äh, genau Äh, Erohin, ey Und dann auch wiederher, dann hat auch der Tobi mich angezielt und hat gesagt, das ist die Pan Ja, weil du so, weil du so komisch gelaufen bist, bist du nach unten gefallen Hä? Hä? Was willst du damit sagen, Tobi? Ja, dass die Pan, dass die Pan vorhin nicht mehr mitgeregt hat, dass ich dich vor ihren Augen getötet habe Ich dachte, sie wär das gewesen Ähm, äh, Pan, 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 Pan Ne, ich bin ein bisschen Ja, ich bin ein bisschen Pan, du bist voll gut, Pan Ja Ich werd's aber langsam lernen, wie das alles funktioniert mit den ganzen, ne? Wir lernen das alles doch Wir sind erst mal Folge 30 oder so Mann, scheiß drauf, glaubst du, wir haben Spaß Das ist echt so Was Hör auf, dich zurechtfertigen Mann Nein, niemals Doch Hier ist ne Klo Hm Und wisst ihr, was mit verunsicherten Leuten passiert? Wisst ihr das? Hä? Wisst ihr das? Was ist denn jetzt los? Oh, Entschuldigung Jetzt rastet er komplett aus, Junge Hä? Thriller, Thriller Die Pan, die Pan ist es Die Pan hat grad versucht, mich zu stunnen und hat Thriller gleichzeitig gespielt Ich weiß nicht genau, wie das geht Wo ist sie? Hier Ach, schade Alter, Pan, wo warst du die Aktion? Was geht da hinten ab in der Ecke? Ja Du wusstest, dass ihr mich seht Ich wollte ganz schnell überlegen Curry straighter Tobi, bring Curry um In der nächsten Runde Ach, schön Geil Ja Das macht Spaß Hast du nicht gehört? Meine Runde ist immer schön schnell, bei mir hat man immer Abwechslung Au Puff Runde Ende Magnetostick 5 Und dann rechts Alles klar Wie machen wir das denn mit der Stun Gun? Was denn? Sondern diejenige Warum? Nee, 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 warte mal Pan Du kannst auf den schießen Und du musst halt aufpassen, dass der dich dabei nicht erkennt Das musst du halt aufpassen Oh, das stimmt Das könnte man ja Also vorher noch schön das Geist einknallen Also ich finde, solange er gestunt ist, darf er nicht reden Nee, hab ich vorhin auch nicht gemacht Ja Ja, ich hätte halt auch nichts gesagt So lange er gestunt ist, darf er nicht reden Das ist schon gut Achso, okay Achso Das ist doch fast wie Also das ist doch wie tot Du bist ja da gestunt Aber darf man ein bisschen sagen Ja, das kannst du machen Okay, das machen wir ja Jemand sagt Das hört sich eigentlich an wie immer Also macht keinen Unterschied Hey Tobi, wie das geht alle Hey Wurstbahn Soll ich mal Assassin's Creed spielen, Tobi? Ja Guck mal, guck mal Tobi Oh, ich will den Grabhook wieder benutzen Hast du gesehen? Ähm, wir haben eine Portalgun, lieber Traitor Vielleicht willst du die ja ausprobieren Oh, mach ich Ach stimmt, hab ich vergessen Wer auch immer Traitor ist Wir haben noch eine schöne, schicke Portalgun Okay, Pan ist es nicht Pan ist es nicht Ich hab sie noch nicht gesehen gerade Ich auch nicht, Pan Pan ist es nicht Oder du hast sie gerade im Tradershop gesehen und deswegen hast du es erwähnt Nee Das wäre mega clever Das wäre mega clever Das wäre mega clever, aber das sind halt zwei Möglichkeiten jetzt Nee, ich hab wirklich keine Pan? Ja? Pan ist es Hä? Das hab ich an dem Ja gehört Das hab ich aber auch raus gehört, Tobi, ich stimmt, hast recht Richtig, ist legit, ja Ist safe Die Geschichte Wo bin ich denn hier? Pan, komm her Entschuldigung Autsch Guck mir Blumen an So, ich glaub, wir haben hier mit dem Fass rum Hä, was warst du denn da? Ja, ich glaub mit dem Fass Ich hab da nicht drauf geschossen Ich stand gerade mit dem Rücken zu dir, Tobi Alles klar Das ist schon mal interessant Dann war das da hinten die Pan Nein, ich war das doch Ich bin kein Traitor Ich wusste nicht Oh Gott Ja, genau Entschuldigung Alles klar Du kannst mich töten Nein, du kannst mich töten Nein, hör auf Tobi Nein, es ist okay Einer von euch ist der Traitor Das Ding ist okay, komm Warum schießt du denn auf dieses Fass, Pan Ich mach das immer ganz gerne Einfach so, um zu testen So, weißt du Okay, ich bin ganz ehrlich Ich bin ganz ehrlich Es war einfach so scheiße Verlocken mit der Jungen Ja, ja Ich wollte einfach drauf schießen Okay, Pan, wie wärs denn hiermit? Guck mal, Pan Pan, wie wärs? Ja Entschuldigung, das war ich Was? Hä? Ja, ich bin noch hier Ja, ich bin noch hier Was war das denn? Was war das denn, Alter? Wer war das? Was war das? Pan Tobi Ja, ich bin doch hier Tobi Machst du Traitor-Falle? Tobi, bist du Traitor? Hä? Hä? Was ist denn jetzt hier los, Mann? Was hat der gemacht? Ich weiß es nicht Hier ist eine Blutspur Was? Hat er sich jetzt... Ja, dann kann er ja kein Traitor Hä? Warte mal Also erstmal, ich war... Bin grad... Ne? Ich hab... Das war doof von mir, aber... Hä, was ist denn jetzt hier? Vorsicht, hier ist Pan Warte mal Hä, ich kann... Hier ist ein Körper Turbinator Liegt im LKW Hä? Tobi war nicht Traitor Das heißt, Pan ist weggelaufen Also muss es Curry gewesen sein Der hier gerade zufällig mit einer Babygun rumläuft Was für Babygun? Oder Diegel oder was weiß ich Also jetzt riechst du aber durch, mein Freund Schieß mal irgendwas Jetzt riechst du durch, mein Freund Ich war ja bei ihm Nein, stopp! Stopp! Wir können doch drüber reden Naaah Ah, Curry Leider Drecksack Ah, wie schön ich da lieg Ah Oh, heiter Tai Vor allem ist der halt schon tot Ach Tobi Du wusstest nicht, dass wir beide da sind, ne? Der sitzt dein Make-A-B Ich wusste so genau, dass du gleich... Ich freu mich nicht alles Ich wusste so, dass du abdrücken wirst einfach... Ich wusste es schon Aber das hätt ich auch gemacht, wenn ich nicht später gewesen wäre Du bist so ein Dixer, ne? Nein, hätt ich natürlich nicht gemacht, Tobi Klar hättest du gemacht Nein, hätt ich nicht Ich schwör auf alles, Tobi Ich schwör wirklich auf alles Du kannst mir da einmal unterschauen Hey, alter Tobi, ich wollte gerade... Ah Tobi, hör auf, lass es! Tobi Ich hab die Tür Hallo, Tür Ja Und du aufwachst, bist du tot Alter! Hab ich dich getroffen? Oh Gott Ey! Tach Ich hab schon wieder keine richtige Waffe Ich war schon zu im Strahl Äh, Waffe Was ist denn? Was ist jetzt los? Boah, diese brutalen, Alter Diese unzivilisierten Häääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Das tut mir nicht geschieden! Ich verstehe das echt einfach nicht, man! Ich brauche doch vernünftige Waffen, man Ich bring mich jetzt um Ah, hier sind überall diese Fester Wir sind überall diese Fester Und ich muss immer drauf schießen Aber ich darf nicht Hallo, hey! Ass Kinder Guck mal, Assassin's Creed Was war denn das? Ist jemand gestorben? Ich hab einfach 17 AP Guck mal, ist das Street Oh, ihr seid so bescheuert Ihr seid so bescheuert Tobi? Wie ist das? Tobi? Ja Mann, warum braucht ihr immer so lange? Wie ist die Antwort denn, Mann? Oh, der ÖKW brennt Pan, geh weg. Pan hat einen Bumerang geworfen, Pan ist es Was hat die geworfen? Was, was, was? Ich töte Pan jetzt, ne? Weil du das gesagt hast Boah, wie gemein Curry? Hi Tobi, ich bin nicht Pan Curry? Pan? Ah, ist das euer Ernst? Was ist das denn? Ist das dein Ernst? Das machst du immer! Wie er die da so hinkullen lässt, so weißt du? Ja Ok, Curry oder Pan? Was meinst du Tobi, wer ist es? Warte Ich glaube es ist, ich glaube es ist Curry Ja, glaube ich auch Einfach aus Prinzip, weißt du Es ist 17 HP Curry Curry? Ich weiß es nicht Ich weiß, ich bin mir unsicher Die Pan ist heute ziemlich eiskalt tatsächlich Ja, das stimmt, ne? Die ist so brutal geworden Was ist da los? Du bist es nicht, du hättest mich schon längst töten können Ne, 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 ich war ja auch gar nicht mal in der Nähe Die war ja noch zusammen gerade Trotzdem find ich find's immer low, wenn der Traitor nicht redet Ja, so ein bisschen so, hm Das ist immer so Bei uns, ja, ne? Der Traitor redet immer nie Und das soll dann irgendwie Müsste scheinnisvoll wirken War's grad deine Granate? Ja, ich hab, ich hab ein Fass zerstört Oh, das ist klar War bestimmt ein Fass ohne Boden Ernsthaft So, Currypan Curry Ey, Curry Warum denn immer ich, Tobi? Hallo, ich heiße Curry Ich bin total überzeugend Das war die beste Imitation ever Okay, ich hör was Das heißt, ich hab gerade geschossen Einmal Das heißt, der Curry hat sich quasi von Pan töten lassen Ich geh davon aus Ich geh davon aus Ich geh davon mal aus jetzt einfach so Ich hab Pan noch nicht gefunden Aber wie du sagtest, die Pan ist eiskalt geworden irgendwie Letzte Zeit Ja, ne Übel Möchte ich fast sagen Ein Pan Hä? 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 Wieso ging die Waffe Die Hä? Die Sandwaffe ging nicht Kann ich die nur einmal Du musst gucken, ob du nur einen Schuss hast Oder so Oh Curry, übrigens seine Idee war voll gut Aber ich konnte mir nichts mehr kaufen Ich hatte mir nochmal den Bumerang gekauft Was für eine Idee? Ich weiß gar nicht, was du meinst Hä? Wie der Curry der Pan Tipps gibt, Alter Nee, 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 nee Hat er nicht, hat er nicht Alter Genau Ich hab ein paar Tipps gegeben Dann hat sie mich gefüllt Das ist nicht das, was du denkst Also wenn du Trailer bist Dann musst du das bei mir an die Schläfe halten Habe ich so auf Steam geschrieben ganz kurz Schade Mann ey, ich dachte ich hätte mich mit dem Bumerang auf einmal Dann Vor allem damit noch nicht genug Weil es ist ja noch nicht genug Dass du mich erstmal stunts Hauptsache beim Stunten noch draufballern Ja geil Ich war in Panik gerade Stirb, stirb Wie geil Ich bleib mal bei dir Und ich bin innocent Cool, coole Sache Ich auch Ja Tobi, sollen wir uns zusammentun Tobi? Ich werde heute glaube ich kein Traitor Oh Tobi, du tut mir echt voll leid Tobi Ja, ist verstanden Bitte, kriegst du auch einen Topi-Pudding Topi-Pudding Ganz bald, ne? Es gibt ja auch jetzt dieses Topi-Gewüse, ne? Es gibt irgendwie alles von Topi neuerdings Nein, ganz viel Topi Ja, wir machen ja auch neue Dinge Das ist Topi Und hier der Toaster, ne? Der Topi-Toaster Ja, ja, stimmt das Spiel Das Spiel, voll geil Ja Warum nicht den Tobi-Toaster? Hallo Er schieß mich doch Guten Tag Hm? Er schieß mich Er ist Traitor, ich weiß es Er zieht auf mich Du hast gesagt, ich soll ihn erschließen Schlaf gut, kleine Banane Nein Ey Tobi, was? Hast du dich da grad drauf gesetzt oder was? Was denn? Ich leg meine Banane schlafen Schlaf gut, kleine Banane Ich hab so einen Spezial-Sitz von DX Racer, weißt du? Mit so einer verborgenen Banane einfach Morgen ess ich dich Liebe Kinder Hey Hi 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 Das ist die Banane? Erik ist es, Erik ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Erik hat grad den Tobi erschossen Pan Eine Banane Der Tobi hat doch nur ne Banane in der Hand Und du hast ihn einfach in den Kopf geschossen, Erik Ich hab's gesehen Pan, lebst du noch? Oh mein Gott Leckt mich Oh Pan Warum Pan, bitte? Lass mich doch nicht alleine Ja, war gut Komm mal, das ist doch unverschämend Schämst du dich eigentlich nicht? Nee Ich will uns Pan Du hast den Tobi mit ner Banane erschossen Ja Pan ist es Ich hab's gesehen So, kann ich jetzt mal bitte ganz kurz in den Traitor-Shop gehen Und mal gucken, was da alles Neues gibt Ja, mach, mach, mach Hidden Blade Die Leute wollen das ja auch mal sehen Ja, ist okay Ich kann das so umlaufen Kann ich das nicht machen Curry, du wartest kurz, ne? Ja Nee, wirklich, ich warte Okay, nein Wenn ich sage, ich warte, dann warte ich Okay Was ist das denn hier? Potato Lounge hab ich auch noch nie ausprobiert Advanced Skyser Kenn ich gar nicht Stun-Gun, ach, das ist die Stun-Gun Alles klar Das ist die, die Pan gerade benutzt hat Und dann auf mich noch eingeballert hat Die ist sehr lustig Was ist mit dem Brain-Parasit? Wo ist das schwarze Loch eigentlich? Schwarze Loch ist auch sehr lustig Aber welches ist das hier? Ich kann mit den ganzen Icons überhaupt nichts anfangen C4 Also ich kann dir sehr empfehlen Vielleicht mal den Flammenwerfer auszuprobieren Der wäre ganz schön Ja, kann ich leider nicht Oder schwarze Loch Ich hab schon Huch Oder du belebst Tobi oder Pan wieder Das wäre auch lustig Hm, das würde auch gehen Aber wie? Ja mit dem Defibrillator Aber dann findest du Ich weiß nicht mehr Wo ist denn der Defibrillator? Ich hab doch nie ne Chance hier zu gucken großartig Ähm... Nei... Ja ich warte, sag einfach wenn du ready bist Ne? Ah ne klar, okay, danke dir Okay Defi kann ich glaube ich nicht mehr nehmen Oder ich find den einfach nicht Keine Ahnung Das ist ein Herz Mit so nem Blitz durch Ah ne, kann ich leider nicht mehr nehmen Ah, schade 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 Schade, das ist natürlich doof Ja, die Babygun ist so ein Klassiker eigentlich Mhm Taube auch Ach komm Einfach weil der noch geht Bin ich jetzt sofort tot? Hm, ne ich hab gewartet Ich weiß nicht wo du bist Achso, ich dachte du bewachst das Haus hier gerade oder so Welches Haus? Das ist natürlich jetzt gar nicht Das ist eine da Hä 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 Ja, natürlich die Babygun hab ich schon mal gekauft. Vor allem, ich guck so ganz gechillt mit meiner Sniper irgendwo ans Haus, Tobi und Eric stehen sich gegenüber mir auf und immer so, Bats. Vor allem, du hörst halt keinen Sound, du hörst einfach nur, du siehst einfach nur das Bild. Der arme Tobi, ey. Er hat mich getötet, während ich meine Banane in der Hand hatte. Er hat mich getötet, als ich gesagt hab, töte mich. Normalerweise darf nur ich das. Boah, wie ekelhaft er ist, ne? Tja, die Pan wollte, dass ich sie töte und der Tobi hat auch irgendwelche komischen, satanischen, bananischen Rituale gemacht. Was, die wollte das? Die wollte das? Ernst? Die Pan hat gesagt, töte mich. Die hat gesagt, los, töte mich. Und da hab ich sie getötet. Und ich dachte noch so, guck mal kurz, wie er reagiert, vielleicht verrät er sich ja irgendwie. Mann, ich bin doch wieder innocent, ey. Ey, wer hat hier seine Waschmaschine abgestellt, Leute? Müssen die durchaus gewesen sein. Kann man bitte jemand hier hochkommen? Ne, klar. Mit einer Waschmaschine und da ist Geld drin. Uh, dann ist es rein. Also, das möchte ich gerne mal besprochen haben. Hier in dem Haus. Muss der DFB gewesen sein. Geldwäsche und so. Der Franz. Hier, guck mal. Komm mal mit Tobi. Nee, nee. Erik gehst du bitte vor. Du wolltest das Geld. Ich hab hier keine Waffe. Dich tötet er nicht. Das Geld. Das denkst auch nur du. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Wo ist er denn? Ich bin die Treppe hochgegangen. Hier, guck mal. Guck mal. Oh, Geldwäsche. Geil. Wer hat die eingepackt? Pan warst du... Was war das? Falls jemand jemand zündet, ich bin raus. Pan hat ein MG. Pan hat ein MG. Ich bin auch raus. Hey, hey, hey. Lustig, ne? Ja, das war sehr, sehr lustig. Amüsant. Ich bin der beste Werfer der Welt. Ich bin doch amüsant. Herr Erich. Ja, Vorsicht, hab ich gefurzt. Ah, ih, das stinkt. Alter, ih, das ganze Haus ist am Arsch. Am Arsch. Boah, Alter. Hightech-Fancy. Hightech-Fancy. Du hast mir jetzt fast in den Kopf geschossen, Tobi. Nein, hätte ich nicht. Wieso geht das nicht, Tobi? Ich hab ihn weggeschossen, ich hab ihn weggeschossen da oben. Achso. Ah, klar. Hast du nicht diese Werbung auf YouTube laufen? Ich hab die selbst... Oh, ich hab die noch nie gehabt. Ich hab die selbst auch noch nie gesehen. Ich will die auch noch mal sehen. Mir schreibt jedes Mal jemanden, ich hab die gewöhnt, die Werbung. Ja, aber die auch. Hallo. Ich bin Tobi. Kann man jemanden screenshot machen? Hä, was? Und ich bin neuer Chef-Produkte vom PC-Magazin. Ey, nicht jemand. Ey, hier ist ein Kühlschrank. Geil, Tobi. Hier bleib ich. Hier bleib ich. Tobi, hier bleib ich. Ich schütten aber so einen Prime-Kühlschrank. Oh, der ist grad auf mich gefallen. Der Kühlschrank? Ja. Bist du jetzt död? Hey. Curry ist es. Okay, Entschuldigung, Tobi. Entschuldigung. Ne, 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 ne. Lass mich bitte in Ruhe. Ey, Tobi. Tobi, ich hab was für dich. Guck mal. Hä? Was war das? Tobi? Tobi? Ey, willst du mich verarschen, Tobi? Hör auf damit, lass es. Das ist nicht lustig. Der ist hier. Tobi? Der ist hier drin. Der ist hier drin, der sitzt im Fenster. Der ist jetzt rausgesprungen aus dem Haus. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Hä? Was ist denn los? Ja, 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 komm. Komm. Ich könnte dich jetzt erschießen, Tobi, ne? Ja, erschieß mich doch. Erschieß mich, ich bin Traitor. Ich könnte dich erschießen, Tobi. Ja, erschieß mich, ich bin Traitor. Komm. Mittleres Haus. Sparkasse in 20 Euro ohne Brüder. Bist du Traitor? Bist du Traitor, Tobi? Komm. Wo bist du Traitor, hä? Erschieß mich. Erschieß mich. Hä, warum muss ich dich erschießen? Ich hab noch nichts gegen dich. Ach, ich dachte du bist Curry. Nein. Oh, warte, da sind Bananen. Hm. Du weißt, du reagierst allergisch auf dich. Du stirbst. Mit Schrot im Gesicht. Warum darfst du mich denn töten, Curry? Erzähl doch mal. Ja, weil du dich totgestellt hast. Und hätte man das jetzt nicht rausgefunden, hätte man mich gekillt. Das hab ich im Kauf genommen. Hä? Hä? Wo hab ich mich totgestellt? Du hast nicht gesprochen, als ich dich angesprochen hab. Ich bin ins Fenster gegangen und hab darauf gewartet, dass du um die Ecke gelaufen bist. Ja, Tobi. Ja, komm, Tobi. Komm. Töte mich. Ja, komm. Komm, mach wieder ein Random-Kill-Curry. Das kannst du auch so gut. Wenn du Trailer wärst, ne? Das ist kein Random-Kill. Ich hab voll die Begründung dafür. Ja, Random-Kill mich los. Wer hat geschossen? Ich steh mit meiner Banane hier. Ich wollte auf die Banane schießen. Er schießt mich. Tobi, ich könnte so erschießen, ne? Er schießt mich. Ich könnte so erschießen, ne? Ach, der darf. Tobi? Arschloch. Tobi? Tobi? Curry, hast du Tobi erschossen? Ja, hab ich. Hat er. Tja. Curry, da weißt du, was jetzt passiert, ne? Nein. Nein. Alter. Ich hab meine Gründe. Nee. Curry. Ohne Scheiß. Jetzt müssen wir. Ich seh den Jetpack! Du Arsch! Curry! Ah! Geh weg! Ich bin innocent. Scheiße. Hilfe! Hilfe! Ich seh nix! Mann! Ich hab nix! Mann! Ich hab nix! Entschuldigung! Was denn, Pan? Pan, lebst du noch? Ey, wenn die sich jetzt auch wieder totstellen, dann raste ich aus. Okay, das war jetzt wirklich billig, Curry. Das weißt du, ne? Ich weiß. Okay. Nein! Oh! Mann, der steht halt immer irgendwo auf dem Gang mit deiner Scheiß-Sniper, Mann! Nein! Oh, du doch selber! Den hast du richtig weggebumst, ey! Du doch selber! Tobi, ne? Oh ja, Tobi! Hab dich weggebumst, Tobi! Ich hab dich weggebumst! Juuu! Puh! Ich hab nie... Boah, ich hab nicht... Ich war nicht einmal Traitor in dieser Runde. Ja, tut mir echt leid für dich, Tobi! Das riecht traurig! Ich war zweimal Traitor, Tobi! Oh, Tobi! Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ne? Und den Leuten da draußen! Oh, Tobi! Danke dir! Danke dir! Bist du echt ein Guter! Ja! Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder! Würde ich sagen! Dann aber mit weniger... Oh, Pickel! So! Wir werden immer besser! Ja, gut! Das kann man jetzt relativ... Boah, jetzt erstmal was zu Essen bestellen! Okay, ciao mit vorne! Oh geil, ich glaub was! Tschüss! Essen! Nice! Komm vorbei! Ciao!